Neue Sterne am Potsdamer Platz. Regisseur Tom Tickwer sowie die Schauspieler Christoph Walz und Hannelore Elstner bekommen einen Stern auf dem Berliner Boulevard der Stars. Für ihre Leistungen werden in diesem Jahr insgesamt zehn deutschsprachige Persönlichkeiten aus Film und Fernsehen mit einem Platz auf dem begehbaren Denkmal auf der Potsdamer Straße geehrt. Die neuen Sterne werden voraussichtlich am 9. September verlegt. Damit können Besucher künftig 91 Sterne auf dem Berliner Pendant zum Walk of Fame in Hollywood bewundern.